In Potsdam neben Franziska van Almsing noch ein zweites Thema zulassen, dann ist es der Start von Astrid Strauß, jetzt über die 800 Meter Freistil. Was mag in ihr vorgehen? Im letzten Jahr sorgte sie für den Skandal von München. Nach positiven Dopingbefund erkämpfte sie ihren Start vor Gericht und wurde dann während des Rennens disqualifiziert. Es folgte das Spießrutenlaufen durch die Schar der Journalisten. Und heute will sie nun sportlich dafür sorgen, dass der Deutsche Schwimmverband wieder in der Klemme sitzt. Doch dazu gleich mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017